Heute bei der Fischstilbergraden, im Winter, schön im Essgebirge, wo wir auch herkommen. Wir erreichen dann noch den Haltepunkt, später den Haltepunkt Kretscher. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir erreichen dann kurz den Bahnhof Kretscher. Wir machen dann kurz den Haltepunkt, später den Haltepunkt. Wir machen dann kurz den Haltepunkt, später den Haltepunkt. Wir machen dann kurz den Haltepunkt, später den Haltepunkt. Wir haben jetzt den Bahnhof Kretsch am Roten Zimmer verlassen und steuern Richtung Niederschlag Niederschlag ist außerdem der Kreuzungsbahnhof der Fischstilbergbahn. Wir machen dann kurz den Haltepunkt, später den Haltepunkt, später den Haltepunkt, später den Haltepunkt. Dann haben wir jetzt den Haltepunkt, später den Haltepunkt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020